Jungen, um denn was geht, wir sind jetzt gerade nur mit einem kleinen Update dazu, damit ihr nicht wisst, dass ich irgendwie weg bin, tot bin, was weiß ich, was ihr alles denkt. Ich wollte euch zeigen, was in der Webber abgeht, ihr seht, ich habe oben rechts nur 2000 Coins, dafür gibt es zwei Gründe, erstens habe ich das Team, mit dem wir starten werden in FIFA 14 Ultimate Team, fast fertig, fehlen mir noch zwei Spieler und zweitens habe ich mir da auch schon einen anderen geholt, der da, der jetzt im Preis sehr gestiegen ist, den werden wir uns auch mal gleich hier zusammen angucken, das ist ja ein gewisser, na, wie heißt er, er heißt Piazon von Vitesse, eigentlich ja bei Chelsea, wurde dann ausgeliehen und ja, den habe ich für 4000 Gold, ist jetzt bei 8100, der Preis geht jetzt wieder ein bisschen runter, waren wir bei 9000, werden wir mal sehen, hier darf ich nicht draufklicken, sonst seht ihr dann bestimmt, welchen Spieler ich, welche Spieler ich hole und ja, somit werden wir ganz wissen, was ich mache, die Auflösung zum Gewinnspiel kommt, genauso kommt auch die, das 5-Wart-Abo-Special, ich glaube, es könnte sich noch ein bisschen hinziehen, da ist in letzter Zeit ein bisschen, ja, irgendwie, ja, konnten wir das nicht organisieren und ja, das ist das, sonst werde ich auch noch ein Video rausbringen, wo ich sagen werde, wo ich dann, wie ich dann, wann ich dann, was weiß ich, für Videos an FIFA 14 rausbringen werde, damit ihr eine kurze Übersicht habt, das Spiel kommt ja bald raus, ähm, aber FIFA 14 kommt dann halt nur noch die Auflösung zum Gewinnspiel und das war's dann aber auch schon, danach kommt dann nichts mehr, das ist jetzt also nur ein kleines Update, damit ihr wisst, was so passieren wird in der Zukunft, was für Videos kommen, ja, FIFA 14 starten wir dann wieder richtig durch, bis dann, ne, und bleib froh, spät, Sessi, ciao, Sessi vor allem, ne, ciao.